Hallihallo. Hallihallo. Ich habe, glaube ich, einen Run offscreen gemacht. Wo? Cool. Okay, ich habe ein bisschen Krams freigeschaltet. Sagen wir es mal so. Oh, geil. So, ich habe ein bisschen was freigeschaltet. Ich schaue mal eben, was genau. Ach so, ja. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Part schon freigeschaltet habe. Ich glaube, die beiden Fähigkeiten mit diesen Varianten. Ja? Ähm. Ja, sonst habe ich... Ach, stimmt. Ich habe die... Moment. So, so the strangest thing happened while you were out, boy, yo. One of your weapon holder things back there, it picked up this eerie glow. I could see it from the corner of my eye. Calm down, Skelly. I'm sure whatever it is, is perfectly normal for a legendary semi-sentient Titan-slaying weapon from the dawn of time. That's just it. Those weapons of yours, they have seen some real business, pal. You're giving them a real workout, so maybe they're starting to like you or something. Ja. Äh, die haben jetzt Variationen. Äh, hier. Also, sobald man alle freigeschaltet hat, gibt es, äh, Upgrades der Waffen. Ähm, ich schaue auch mal, ob ich hier was freigeschaltet habe. Ja. Ähm. Ja, hier ist so Krams. Oh, ja, von Achilles, die ist ziemlich krass. Die nehme ich auch. Ähm. So. Also, hier. So, jetzt seht ihr, das sind Variationen hiervon. Das ist mein Standard-Schwert, was ich upgraden kann mit 3% Bonus, Angriffs- und Bewegungsfähigkeit. Das ist nicht so viel, das kann stacken bis auf 5. Also 15%. Ähm, kostet dafür aber auch nur 5 Titan-Blood insgesamt. So, dann gäbe es aber auch das hier, was ist das? Nach der Spezialität habe ich 3 Sekunden lang, äh, Bonus-Crit-Chance. Das geht... Weiß ich nicht, wie hoch das geht. 15, was kommt danach, 20, 30, 40, 50, oder jedes Mal 15, das wäre ja super krass. 5, nee, kann ja gar nicht. Das kann... Das wäre ja 75%, obwohl geht, 75%. 3 Sekunden lang, ja. Dann, ähm, das hier. Ja, mit diesen Werfen und so habe ich noch nicht so mich anfreunden können. Ist aber auch super teuer. Ich glaube, 15 sind das am Ende insgesamt. Ähm, und dann gibt es noch eine Spezialvariante, die man später irgendwie rausfinden kann, durch... Äh, durch Dialoge und so ein Krams. So. Und das gibt es halt wirklich mit jeder Waffe. Das ist der Speer des Hades. Okay, cool. Ähm, äh, verstärkt deine Spezialität. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan von dieser Spezialität. Noch weniger als andere. Das ist Werfen und Zurückziehen, ja, aber, hm, weiß ich nicht. Dann haben wir Bonoschaden nach Ansturm. Um zu... Ah. Oh, cool. Ja, der... Okay, cool. Ja, und dann haben wir noch das. Ähm, die Schilder, die... Also die Waffen, die ändern natürlich auch ihre Optik. Schild des Chaos. Also, Angriff von Spurtangriffsschaden. Hört sich eigentlich ganz nett an. Ähm, geschleuderte Schilder. Also kann man mehrere schleudern. Okay. Und Blitzscheibe, was auch immer das bedeutet. So, der Bogen. Kritische Angriffschance. Hört sich eigentlich ganz nett an. Ah, bis zu 15% auch. Ja, 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 ja. Max Schüsse hier Spezialität 4. Also das hier ist gar nicht mal so schlecht. Man schießt... B schießt ein Gegner. Und dann drückt man die ganze Zeit Spezialität. Und dann sind das, ähm... Homing Missiles, also... Zielsuchen, ne? Ja. Dein Wurf... ...lädt... Hä? Dein Wurf lädt... ...diese Kristalle für den nächsten Einführer... ... beim Aufprall... Prall... ...was? Was? Na gut, egal. Ähm... Handschuhe. Handschuhe. Wir haben hier... ...bis zu 25% denke ich mal. Aber das war Chancen. Das ist... ...woah... ...schon viel. Ähm... Der ist ein magnetischer Haken. Also... ...zieht man... ...leute ran, denke ich mal. Okay. Also ich finde das hier gar nicht mal so schlecht, ey. Ähm... Ja, die Waffe habe ich noch gar nicht so richtig ausprobiert. Ähm... ...Munitionskapazität. Cool. Kann ich länger schießen? Cool. Also nachdem es... ...diese Granate explodiert ist... ...mache ich mehr Schaden. Und das ist... ...quasi ein Crit nach... ...dem Nachladen. Hier, das hier. 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 Find ich gar nicht mal so schlecht, ey. Ich mag die Waffe irgendwie. Mach doch voll viel Schaden. Ah, die Waffe voll. Was hat das... Exogryph. Hm. Geil. Also ich überlege mir jetzt. Ich mache mal einen Run hier mit. Das bietet sich ja sowieso gerade an. Ähm. Ich probiere es mal mit dem Gift. Ja, das ist schon... Ähm. Und dann schaue ich mal, wie viel das kosten würde. Für mehr Granaten. Für mehr Granaten. Für mehr Granaten. Nee, nee. Das ist der Trich, geil. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. wie dafür habe ich das jetzt ausgegeben egal ich probiere es mal mit dem gift ja Das ist für dich, Achilles. Das ist für dich. Das ist für dich. Ah, das ist nicht so schnell Das ist wirklich nicht so schnell Fünf Prozent? Das ist nicht verarschen Aber nehm ich Muss ich mich dran gewöhnen, ey Ach, das ist gar kein Wurf Das ist der Kuckwurf Fuck man Voll verwechselt Ich will mehr Damage Reduce 1,9 Prozent jedes Mal Ui, die sind aber sehr spendabel Oh, fuck, das wollte ich nicht Egal Egal Ist eh nur ein Trainingsrun Ist eh nur ein Trainingsrun Ist auch nur so Single Target Dammit Oder Das ist der Kuckwurf Und das ist der Kuckwurf Und das ist der Kuckwurf Ich will das nicht Oh, plus 6 Ich habe mir den Rest nicht mal angeschaut 6 Gift Damage Ich kriege extrem viel Schaden Boah, 95% ist schon sehr viel Der eine Angriff hat einfach den anderen Angriff gerade ersetzt Ich habe mir den Rest nicht mal angeschaut Fast gestorben, Mann Heiß nicht, nicht so Wird nicht so richtig warm hiermit Dadurch, dass es auch nur Single Target ist Ein bisschen langsam Dadurch, dass es auch nicht so gut geht Dadurch, dass es auch nicht so gut geht Das ist auch nicht so gut Das ist auch nicht so gut Ja, vielleicht auch. Oh, how many times are you? Oh, really? Mine. Hold. The fates are being kind, I guess. There we go. Try to solve them. Blood and darkness. Stop him, Richards. Now! Think you got me, do you? Cheers for the coin. Few more moments. I won't hide from this. Peace and quiet. Mit mehr Kugeln kann ich mir vorstellen, dass es ganz geil ist. Huh? Na ja, der Rammel ist so zähmier. ich versuche diesen feiten zu schaffen habe ich fünf titanblüten und dann schauen wir weiter so Das war's für heute. 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 Okay. 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 Fuck! Ich wollte ihnen einen Nektar geben. Fuck, man. Was für ein Dreck. Den trifft man nicht so oft. Ich bin ein Dreck. 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 Gemstones. Ich bin ein Dreck. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Yo! Das war's für heute. Das war's für heute. Aber wir haben fünf... Fünf Titanenblut. Hey, Hypnos, what would it take for you to let me through the locked door down the hall? Oh, that's a good one. You know I can't let you enter your dad's private chambers anymore since you betrayed his trust and tried to run away from home. Nothing for me back there anyway. Keep at it, lad. I've known great men throughout my life and I can always tell when someone's better than their circumstances. I'll give them hell as you once did, Achilles. Though, doubtless, many of the shades who stand against me first arrived in Tartarus because... I know that Nyx has been abetting you. You wish to take advantage of her pity. I can. How can you... Nyx is the night itself. It can do as she pleases, isn't that correct, father? You think I asked you to get involved in all this business? You, boy, have already dragged this entire household, not to mention my fool relatives, into this mess which you've created. Would you dare call business? Pleasure doing business, then. The hound of hell barely regards the prince, having been sated for the time. Mate, if you don't mind, I'd love it if you told... My muse. Never has somebody been as splendorous as my Eurydice. Eurydice? I know, I... Anyway, she must have been a real catch. I'm sorry for your loss. I have to go... Thank you for listening, my friend. Eurydice, if she likewise used to listen to me all... Let's make it happen. I'll have to keep an eye out for this next time out there. Oh, be sleepy. Hey, mate. Here. I got this for my favorite court. Oh, my. But you can't simply be this kind to me. You're too kind, mate. What? Hey, uh, Meg. Look, I know you're just doing your job out there, and... I, I'll see to it, if this contraband is put away once. Now. I, uh, thanks. So. Ihn hab ich noch nicht beschenkt. Ihn... Die gehen nicht. Okay. Die Olympischen... Okay. Nix hab ich noch nicht gegeben. Okay. Den Fährmann. Okay, okay, okay. 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 Okay 5% ist das überhaupt so viel Ne ne Wie viele Schlüssel habe ich denn Ich habe 11 Oh Okay Was machen wir denn jetzt Ich habe Bock Das hier Komplett Ich habe schon Bock auf die Waffe Die macht auch voll Spaß Aber Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich habe auch Bock Auf das Schwert Aber Aber dann Diese Variante Oh Oh. Das ist ja geil. Ach du Scheiße. Ich werde das hier weiter hochleveln. Also ich mache noch einen kleinen Run. Oh no, Deuce. Shocking. Das ist das. Over there. Das ist das. 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 Hier, 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 hier. Das ist das. 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 Das. Das ist 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 das. Das. Das ist 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 die perfekte Geschenke. You leave my troves alone. No time to lose. Useless. No way. Very nice. Ist ganz nett. Ja. Gegen mich kommst du nicht an. Yeah. You're stuck. Let's see how quickly we can wrap this up. Let's see, Dave. Das ist ein Wettbewerb, aber es ist ein Wettbewerb. Ich will dir scheiß Nektar geben, Mann. Wieso kann ich ihm kein Nektar geben? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn es so kommt. Na gut. Ich bin in den Shop. Shopper. Ich bin in den Shop von Charon. Keep! Ich bin in den Shop. Ich bin in den Shop. Bein an der Sanduhr. Okay. Ups. Egal. Oh, Boss. Bitte lass es Meg sein. Es ist nicht Meg. Ja, seit neuestem gibt es Varianten von den Bossen, also hier und bei der Schlange jetzt zumindest. Fertig? Fertig. Vamos, Dosti? Ja, das ist auf mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, hier Er übrigt sich ja die Frage HP 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 Und Ah, hier ist Nick's coolest abuuiuiuii Oh, eine Tour! Oh, eine Tour! Oh, eine Tour! ... ... ... ... ... ... ... ... Cash, da bin ich auf jeden Fall dabei, aber ich check erstmal die Umgebung. Okay, es gibt einen Shop und es gibt Dionysus. Shop, Dionysus, okay. Gut zu wissen. Ja. Geep. 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 Die Chance, HP zu kriegen. Yes! Ich will doch nur kurz mit dir reden. Hm. Dann nicht. Dann nicht, Diggi. Oh! Nee! Das auch schon. Ich binüzik. In the name of Hades. In the name of Hades. Yeah, it's the best. Oh! The Mousse is here. The Mousse is here. Musician in my father's house. Calls you his muse. Says he misses you terribly. I thought you should know. Orpheus said all that, huh? Tell you what, the next time you run into him, you ask him about the time that he came all this way to try and save me, even though I was already dead. Can you guess how that turned out? Um, yes, I do believe I can. Look, I didn't mean to upset you. Yeah, well, neither did he. But you know what? Actions beat intentions, hon. Now here, how about a treat and you can be on your way. Fuck man. Nehmen wir das. Nur ein Shop. Na gut, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Also, das hier kann ich upgraden, das ist nicht so geil, das ist nicht so geil. Das ist okay. Das ist nicht so geil. Das ist alles nicht so geil. Scheiße. Na gut, aber dafür schaffe ich die auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie großartig verkacke. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ganz nett. Das war's für heute. Das ist... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, ich hab's vergessen. Oh, ich hab's vergessen. Oh, ja. Oh, ich hab's vergessen. Oh, ich hab's vergessen. Brauch' ich das? Brauch' ich das? Alles, was mir hilft zu überleben. They're hammer. They're hammer. They're hammer. Hammer! Hello? Oh, ich hab's vergessen. Oh, ich hab's vergessen. Oh, ja. Bitte, 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 was cooles. Das ist, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ja, ich hab's vergessen. Gift wär's. Gift wär's. Oh. 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 The vast and multitudinous riches of both. He really gets around. With me, I know you'll find out. I'll find out what's missing. I said, right? Yeah. What is this? You know me again. Short one. Short one. Oh, you mock my sense of honor. Das war's. 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 Das ist cool. Das war's. Good night. Keep them coming. Okay. 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 Wo seid ihr? Geil! 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 Da habe ich noch mal Glück gehabt mit dem einen da. Dass ich den grad so erwischt hab, bevor er sich regeneriert hat da oben in der Ecke. Nochmal! Kale, kale, kale. Kale, kale. Oh, I can't. Kale, kale. Geil. Hm, 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 hm. Was nehm ich denn? Was nehm ich denn? Ich nehm gar nichts, weil, äh, dieser Part ist durch. Okay. Okay.